Eine große norddeutsche Barockorgel, wie unsere Abschnittgerorgel hier in der Ludgerikirche in Norden, lebt ganz besonders von der Fülle der unterschiedlichen Klangfarben. Es gibt leise Flöten, es gibt aber natürlich auch sehr kräftige, klare Prinzipalstimmen, wunderbare Zungenregister und es lohnt sich, die mal ein bisschen vorzuführen und gegeneinander zu setzen. Ich beginne mal mit den Prinzipalen, die man auch im Prospekt sehen kann und spiele zunächst mal den Prinzipal Achtfuß vom Hauptwerk. Das ist also ein sehr klarer Klang, gleichzeitig so ein bisschen füllig. Dasselbe Register im Rückpositiv ist auch sehr klar, aber gleichzeitig ein bisschen streichender. Untertitelung des ZDF, 2020 Darauf aufbauend gibt es natürlich sowohl im Hauptwerk als auch im Rückpositiv eine Oktave 4, also auch ein Prinzipalregister. Halbe Länge, aber eben dann eine Oktave höher klingend. Zunächst im Hauptwerk die Oktave 4. Und im Rückpositiv klingt die Oktave 4 dann weiter. folgendermaßen. Und es gibt in beiden Werken eine Oktave 2 Fuß. Im Hauptwerk hört sich das dann so an. Und dagegen dann das Rückpositiv mit der Oktave 2 Fuß. Aber das Register Oktave 2 spielt man eigentlich selten alleine, weil das ja ganz hoch und piepsig klingt. Das braucht also eine klangliche Basis, deswegen registriert man da meistens prinzipal 8 und Oktave 4 dazu. Das klingt dann auf dem Hauptwerk folgendermaßen. Das klingt dann auf dem Hauptwerk. Das klingt dann auf dem Hauptwerk. Und das klingt dann auf dem Hauptwerk. Und das gleiche im Rückpositiv. Dann kommen noch dazu die sogenannten Mixturen, die Klangkronen der Orgel. die den Klang nach oben hin erweitern und kräftig und ganz farbig machen. Im Hauptwerk hört sich das so an. Und im Rückpositiv ziehe ich mal den sogenannten Scharf mit dazu. Und damit hat man eben den sogenannten Plenumsklang, der sehr kräftig ist und sehr farbig. Da kann man eben wunderbar zum Beispiel eine große Gemeinde beim Singen damit begleiten oder ein festliches Päludium spielen. Aber in die Familie der Mixturen zählen auch noch andere Registerreihen. Das waren jetzt Mixturen, die auf Quinten und Oktaven aufgebaut sind. Also mit mehreren Pfeifen pro Taste. Vier bis sechs Pfeifen pro Taste. Sehr hoch. Es gibt auch Terzmixturen, wie zum Beispiel die Sesquialtera im Rückpositiv. Pfeifen pro Taste. Pfeifen pro Taste. Ja, das macht den Klang also besonders farbig, obertonreich. Und dieses Register stammt noch aus den Vorgängerorgeln, hat Schnittke also übernommen. Das klingt wunderbar weit und füllt den Raum hervorragend vom Rückpositiv aus. Da kann man also sehr gut die Gemeinde beim Singen damit begleiten. Dann gibt es noch im Rückpositiv eine tiefere Mixtur. Den sogenannten Terzian, ebenso wie die Sesquialtera. Zwei Pfeifen pro Taste. Und der basiert eigentlich auf einer 16 Fuß Basis. Das heißt, ich müsste eigentlich ein 16 Fuß Register darunter spielen. Das mache ich jetzt mal mit dem Pedal der Orgel und registriere dort prinzipal 16 Fuß, Oktave 8 Fuß und Oktave 4 Fuß. Die linke Hand habe ich eben auf dem Hauptwerk gespielt, mit den prinzipalen 8, 4 und 2. Und dann hat man eigentlich schon eine komplette Registrierung, um ein schönes Lied zu begleiten. Und die Solostimme kommt dann im Rückpositiv eigentlich wunderbar deutlich zur Geltung. Jetzt wechseln wir aber mal zu einem anderen Teilwerk und gucken uns mal das sogenannte Brustpositiv der Orgel an, das sich direkt über dem Spieler befindet, dem Organisten also in die Brust spielt, wie die Leute damals gesagt haben. Und da gibt es auch ein Register aus der Prinzipalfamilie, ein Prinzipal 2 Fuß. Und da gibt es auch ein bisschen mehr, Und wenn man da die entsprechenden Tieferregister dazu addiert, dann haben wir auch einen kleinen Plenum-Sound sozusagen im Brustpositiv. Das fünfte Teilwerk der Orgel, ganz oben hinten an der Wand versteckt, das Oberpositiv, hat als Prinzipalbasis, also als tiefstes Prinzipalregister eine Oktave 4. Jetzt hören wir uns mal eine andere Registerfamilie an. Es gibt natürlich auch wunderbare Flötenstimmen in der Orgel. Und mein absolutes Lieblingsregister ist das Register Gedakt 8 Fuß im Rückpositiv. Das stammt noch aus den Vorgängerorgeln, geht also bis ins Jahr 1567 zurück und klingt wunderbar füllig, ist recht weit mensuriert, reicht also klanglich in die Renaissance rein und spricht trotzdem sehr deutlich im Raum. Untertitelung des ZDF, 2020 Demgegenüber stelle ich jetzt mal die Hollflöte im Oberpositiv. Die Hollflöte, die ist aus Holz gemacht und klingt wunderbar füllig und weich und füllt schon alleine den ganzen Chorraum der Kirche. Und dazu passt natürlich dann im Hauptwerk die Hollflöte. Das ist also ein Gedaktregister, was oben im Deckel so ein kleines Röhrchen hat. Das gibt so einen ganz besonderen Strich, eine besondere Farbe. Das gibt so einen kleinen Röhrchen. Und wir hören noch das 8 Fuß Register aus dem Brustpositiv, das Gedakt 8 Fuß. Und genau wie wir das hier sehen, ist das hier. Wie bei den Prinzipalregistern haben natürlich auch die Flötenverwandte in höheren Fußtonlagen. Sehr schön an dieser Orgel sind die Vierfußflöten, zum Beispiel die Rohrflöte, Vierfuß im Rückpositiv. Dagegen setzen wir mal die Spitzflöte. Und das gibt so einen kleinen Röhrchen, zum Beispiel die Vierfußflöten, zum Beispiel die Vierfußflöten, zum Beispiel die Vierfußflöten, zum Beispiel die Vierfußflöten. Und wunderschön topfig klingt dagegen die Vierfußflöten. 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 Und wir haben auch diverse Zweifußflöten, eine Waldflöte, Zweifuß im Rückpositiv. Die klingt ganz glitzernd und hell. Und auch hier empfiehlt sich natürlich, da was drunter zu packen, zum Beispiel das eben schon gespielte Gedakt Achtfuß. Und das Pendant im Hauptwerk wäre dann also Rohrfloid Achtfuß und Gemshorn Zweifuß. Im Wechsel gespielt mit dem Hauptwerk. Besonders schön ist diese Kombination, Flöte Acht und Zwei, auch im Oberwerk, wo wir noch eine Flachfloid Zwei haben. Das klingt dann so. Das klingt 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 so. Aber es gibt natürlich an einer großen Orgel auch so Zwischentöne, sage ich mal, nämlich Register, die nicht genau eine Oktave höher oder tiefer liegen, sondern die vielleicht in Quintabstand gebaut sind. Zum Beispiel der Nasat, zwei, zwei Drittel Fuß im Hauptwerk gibt den Flöten im Hauptwerk, acht, vier und zwei, eine besondere Klangfarbe. Die Begleitung war jetzt gespielt. Bild im Rückpositiv in der linken Hand mit Gedakt Acht und Rohrfloid Vier. Wir kommen jetzt zur Familie der Zungenpfeifen. Das sind normalerweise so etwa 20% der Orgelregister. Wir haben hier also 10 verschiedene Zungenstimmen. Und ich beginne mal mit dem Dulcian, 8 Fuß im Rückpositiv. Ein sehr schlanker, hokaler Klang, der sehr, sehr gut zeichnet im Raum. Je nach Bauform klingen die Zungenregister schlanker oder dicker, nasaler oder runder. So, wir hören jetzt gegen den Dulcian im Rückpositiv mal das Regal, 8 Fuß vom Brustpositiv. Das klingt dann folgendermaßen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Trompetenregister der Orgel klingen etwas runder. Die haben wesentlich längere Becher, wie man sagt. Also einen längeren Pfeifenkörper, was einen dunkleren Klang hervorruft. Zum Beispiel im Oberwerk bei der Trompete 8. Dazu spiele ich jetzt noch die Schallmai 4 Fuß. Also auch ein Trompetenregister, eine Oktave höher klingen. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber im Oberwerk hat sich sogar noch ein drittes Zungenregister versteckt, nämlich die Vox Humana Achtfuß, also eine menschliche Stimme gibt es hier auch noch an der Orgel. Und die klingt nun wiederum recht schlank und nasal. Untertitelung des ZDF, 2020 Besonders apart klingt dieses Register zum Beispiel auch mit Tremolant und der Hull Floyd Acht, die noch eine gewisse Fülle mit reinbringt. Und als klangliche Basis haben wir im Hauptwerk dann eine Trompete 16 Fuß. Das klingt dann also eine Oktave tiefer als notiert, recht dunkel. Besonders festlich wird der Klang, wenn man jetzt verschiedene Zungenstimmen der Orgel zusammenkoppelt. Es gibt ja eine sogenannte Schiebekoppel, da kann ich also das dritte Klavier verschieben und es dann mit vom zweiten Klavier aus bedienen. Und jetzt addiere ich mal zur Trompete 16 Fuß, die Trompete 8 Fuß und die Schalmai 4 Fuß vom Oberwerk. Dann haben wir also drei Zungenregister, einen richtigen Zungenchor zusammen. Das klingt dann so. Das klingt dann so. Jetzt kommt sogar noch das Regal vom Brustpositiv mit dazu. Dann wird der Klang etwas zeichnender. Und jetzt brauchen wir noch eine Basis in der Basslage. Da kommen dann Pro Saune dazu im Pedal. Die spiele ich zunächst mal alleine. Die Posaune verstärke ich noch durch eine Trompete 8 Fuß im Pedal. Und da oben drüber kommen jetzt die ganzen Zungenregister der Manualwerke. Die Posaune Die Posaune Die Posaune Wenn man jetzt zu den Zungenstimmen noch Prinzipale dazu bringt oder auch die Mixturen, dann bekommt man den ganz großen festlichen Klang. Also, ich fange mal an mit dem Prinzipal vom Hauptwerk. Da kommen jetzt dazu Prinzipal 8, Oktave 4, Quinte 3 und Oktave 2. Da muss ich natürlich im Pedal auch noch etwas ergänzen, nämlich Oktave 4 und Rauschpfeife. Das ist eine tiefe zweistimmige Pedalmixtur. Dann habe ich jetzt schon einen recht kräftigen Gesamtklang. Dann kann ich den Klang nach oben hin aufhellen, indem ich zum Beispiel noch die Mixtur im Hauptwerk dazu ziehe und den Scharf im Oberpositiv und die achtfache Mixtur im Pedal. Und wenn man dann noch das Scharf, das Vierfache, nämlich die Brustpositiv-Mixtur mit dazu zieht, als letzte Klangkrone, dann hat man wirklich den vollen kräftigen Plenumssound der Abschnittgerorgel in Norden. Das ist eine tiefe. 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 Das ist eine tiefe.